Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 59, das ist der Antrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen für stark und attraktive ländliche Räume in Hessen, Drucksache 20 5276, ist der Setzpunkt der Fraktion Die Grünen. Nein, die vereinbarte, sondern die Redezeit ist zehn Minuten. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat der Kollege Diefenbach für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Etwa 80 % der Fläche Hessens sind ländlich geprägte Regionen, und ungefähr die Hälfte aller Menschen in Hessen leben im ländlichen Raum. Wir haben in Hessen 2.000 Dörfer und 370 kleinere Städte und Gemeinden. Die Menschen, die dort leben, sind mit ihrer Gegend meist sehr verbunden, aber andere sind auch neu hinzugezogen. Aber sie alle haben jedenfalls das Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse. Dafür hat die Hessische Landesregierung jetzt den Aktionsplan Starkes Land, gutes Leben entwickelt. In diesem Aktionsplan geht es darum, ein Verfassungsrecht zu materialisieren. Wir haben in Art. 72 Abs. 2 des Grundgesetzes und vor allem in Art. 26d der Hessischen Verfassung ein Staatsziel stehen, das ich kurz zitieren möchte. Der Staat wirkt auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land hin. Das ist unser wesentlicher Ansatz. Es geht nicht darum, Städte zu ländlichen Regionen zu machen. Es geht auch nicht darum, ländliche Regionen zu Städten zu machen. Es geht darum, gleichwertige und nicht gleiche oder identische Lebensverhältnisse herzustellen. Für diese gleichwertigen Lebensverhältnisse ist der Aktionsplan da. Dieser Aktionsplan ist auch ein sehr gutes Beispiel für nachhaltige Politik. Wir haben die drei Säulen der Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, soziale Politik und ökologische Politik in einem Aktionsplan vereint. Das drückt sich institutionell so aus, dass wir alle Ministerien an der Gestaltung dieses Planes beteiligt haben. Das ist ein sachgebietsübergreifender Ansatz. Nachhaltigkeit ist nicht nur als Modewort, sondern als wissenschaftlicher Begriff unsere querschnittsartige Schlüsselkategorie unseres politischen Denkens. Und die haben wir in diesem Plan auch realisiert. Ich möchte Ihnen diese Bereiche, die im Plan drinstehen, für die jeweils ein Kapitel vorgesehen ist, in die Zusammenhalt diese Nachhaltigkeit ausmachen, kurz benennen. Es geht um Gaststätten und Hotels, es geht um digitale Ausstattung, es geht um Finanzen der Kommunen, es geht um Betreuung und Schule, es geht um Gesundheitsvorsorge, es geht um gesellschaftlichen Zusammenhalt, Kultur, Mobilität im ländlichen Raum und auch um regionale Lebensmittel. Und auf einige dieser Punkte möchte ich jetzt hier näher eingehen. Zunächst einmal auf den Punkt der digitalen Versorgung. Digitale Versorgung ist ein Aspekt unserer Moderne zurzeit und er wird aber auch von Menschen gebraucht, die einen vielleicht eher traditionellen Beruf haben. Nehmen wir einmal den des Handwerkers. Es ist unser Anspruch, dass jeder Handwerker, der seine Werkstatt oder sein Zuhause, sein Büro verlässt und auf dem Weg zum Kunden ist, eine stabile Mobilfunkversorgung hat. Dafür haben wir 50 Millionen € bereitgestellt, um die letzten Mobilfunklöcher in Hessen noch zu schließen. Wir haben im Bereich der Gaststätten, das eher in den Bereich der Tradition hineingehört, wichtige Aufgaben. Gaststätten sind im ländlichen Raum ein nicht zu unterschätzender Faktor. Das gilt auch vielleicht für die Städte, aber das hat auch keinen humoresken Beigeschmack, sondern Gaststätten sind ein wichtiger Ort der Kommunikation. Wir brauchen auch die Eckkneipe im ländlichen Raum. Wir brauchen die Bereiche, wo sich die Menschen ohne Handys, ohne Zeitungen und ganz unvermittelt unterhalten können. Diese Sache müssen wir unbedingt unterstützen. Wir machen das 2021-2022 mit unserem Sonderprogramm für 10 Millionen € und dem Sofortprogramm, das mit dem Corona-Sondervermögen zusammenhängt. Gaststätten sollen z.B. die Möglichkeit haben, digitale Einrichtungen oder technisch effizientere Methoden zu implementieren, beispielsweise einen attraktiven Webauftritt oder Online-Buchungssysteme, mit denen Sie bestimmte Bevölkerungskreise ansprechen können. Wichtig auch im ländlichen Raum ist natürlich die Mobilität. Mobilität gehört vielleicht in den Bereich der Ökologie hinein, weil wir sagen, wir brauchen eine umweltverträgliche Mobilität, die Fahrrad, ÖPNV und Bahn zusammenbindet. Aber es gehört genauso gut in den sozialen Bereichen hinein, weil Mobilität im ländlichen Raum z.B. die Voraussetzung dafür ist, dass viele auch zum Arzt kommen können. Ein Beispiel dafür, wie Mobilität im ländlichen Raum funktionieren kann, findet sich auch im Odenwaldkreis. Die Ministerin hat es letztes Jahr auch besucht. Garantiert Odenwald-Mobil ist ein Vorzeugebeispiel, wie eine Kombination aus subventionierten Taxifahrten, ÖPNV und Mitnahmemöglichkeiten zu einem erfolgreichen ÖPNV-Modell zusammen sortiert werden kann. Aber im ländlichen Raum ist auch wichtig, was ansonsten natürlich im städtischen Raum auch wichtig ist, dass nämlich alle Menschen auch akzeptiert werden. Das gilt vor allem auch für Menschen, die beispielsweise eine andere sexuelle Identität besitzen, queere Menschen, Jugendliche speziell, die sicherlich in den städtischen Regionen mehr Möglichkeiten haben, die Dinge, die sie als Probleme erfahren im Alltag, auch anzusprechen. Das ist im ländlichen Raum manchmal noch etwas schwerer. Ich zitiere deshalb einmal die wichtige Stelle aus dem Plan. Da steht drin, Jugendliche, LSBTIQ, wachsen überall in Hessen auf. Zielgruppengerechte Angebote gibt es jedoch insbesondere in städtischen Räumen. Um die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt auch in ländlichen Räumen weiter zu stärken, wird ein eigenes Konzept erarbeitet. Ich habe auch die Zwischenrufe nicht genau verstanden. Das macht auch nichts, aber ich sage Ihnen nur Folgendes, dass diese Dinge kein Beiwerk sind, keine Sachen, die man mal so nebenbei macht, wenn nichts mehr anderes übrig bleibt. Sie sind integraler Bestandteil unserer Strategie. Es geht um Akzeptanz von Menschen. Im Bereich der Nachhaltigkeit denken viele an wirtschaftliche Nachhaltigkeit vor allem, aber es gibt die Nachhaltigkeit, die sich über alle Gebiete, auch im Bereich der Kultur. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das gilt auch für die Kultur. Die Kultur ist ein gleichberechtigter Teil unseres Anliegens. Kulturangebote in ländlichen Regionen sind oftmals sehr bunt, sehr vielseitig, sehr reichhaltig und von vielerlei Künstlerinnen und Künstler besehlt, die vielerlei Ideen haben, die jetzt bei Corona leider etwas unterrepräsentiert waren in der Wahrnehmung. Kultur ist, das gilt ähnlich wie beim vorangegangenen Punkt, den ich ausgeführt habe, ein wichtiger Standortfaktor im ländlichen Raum. Wenn ein Arzt sich im ländlichen Raum ansiedeln möchte, dann braucht er, genau wie jeder andere Bewohner, auch kulturelle Angebote. Er braucht natürlich auch gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten, eine stabile Schullandschaft usw. Kultur ist ein integraler Bestandteil und ist auch nichts, was man so nebenher machen kann. Wir gewinnen im ländlichen Raum die Leute immer nur dann, wenn wir das Komplettpaket auch anbieten können. Deshalb hat die Kultur im Aktionsplan auch den Platz des Kapitel Nummer 8 für sich ganz alleine eingenommen, gleichberechtigt mit allen anderen. Wichtig ist mir besonders auch, dass wir alle Personengruppen mit einbeziehen, die Leute vor Ort sozusagen in einem aktiven Prozess, in den Prozess hineinholen, in den Gestaltungsprozess. Dass der Aktionsplan nicht nur ein Konstrukt ist, das man ihnen vorlegt, sondern es ist ein dynamisches Konzept, das davon ausgeht, dass wir Vertreterinnen der Landesregierung auch mit den Leuten vor Ort sprechen, mit den Vereinen, mit den Initiativen, mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, die Projekte realisieren wollen, um ihre Projekte auch zu evaluieren und daraus zu lernen, wie es gemeinsam weitergehen kann, um den Aktionsplan auch in seinen Angeboten ständig zu optimieren. Wichtig ist, dass wir einen Begriff der Synergie haben, dass wir begreifen, dass wir den ländlichen Raum nur dann voranbringen, wenn wir an allen Stellschräubchen der Infrastruktur möglichst gleichzeitig drehen. Es bringt nichts, nur die Wirtschaft zu fördern, es bringt nichts, nur die Gesundheitsversorgung zu fördern, es bringt nichts, nur die kulturelle Versorgung zu fördern. Alles muss sozusagen in gemeinsamen Gedanken gefasst werden. Dann können sich die einzelnen Dinge wechselseitig befruchten, und wir erhalten am Ende mehr als die Summe der Teile. Mit dem Aktionsplan Starkes Land, gutes Leben setzen wir einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Wir machen einen großen Schritt für die Umsetzung einer wichtigen Verfassungsnorm, eines Verfassungsanspruchs, nämlich die Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Das nützt am Ende dem Land und der Stadt. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Diefenbach. Nächster Redner ist der Abg. Felstehausen für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr verehrte Gäste! Über Jahrzehnte wurde in Hessen die öffentliche Infrastruktur kaputtgespart, die kommunalen Finanzen ruiniert, und dann legen die Regierungsfraktionen hier einen solchen nichtssagenden Lobhudelantrag vor. Bereits der Einstieg in den Antrag offenbart die Widersprüchlichkeit der Politik der Landesregierung. Da erklären doch tatsächlich die Regierungsfraktionen ihrer eigenen Landesregierung, dass 80 % der Landesfläche ländliche Räume sind und darin über die Hälfte der Bevölkerung der Bürgerinnen und Bürger leben. Liebe Landesregierung, haben Sie das bisher tatsächlich nicht gewusst, oder warum muss der Landtag Ihnen das in dieser Form hier erklären? Wenn man sich ungleiche Lebensverhältnisse von ländlichen und urban geprägten Gebieten in Hessen anschaut, könnte man auf die Idee kommen, dass diese Informationen für die Ministerinnen und Minister der schwarzen Landesregierung tatsächlich bisher nicht relevant waren. Denn, meine Damen und Herren, die Digitalisierung, der Ausbau der schnellen Netze, der Mobilfunkempfang ist seit Jahren schon eine Großbaustelle, ohne dass sich tatsächlich etwas relevant geändert hat. Die Gesundheitsversorgung, insbesondere im ländlichen Bereich, wurde ausgedünnt. Die Schulwege sind oft zu lang. Kleine Schulen werden abgewickelt, und die Kinderbetreuung ist nach wie vor häufig unzureichend. Für gute Arbeit müssen die Menschen nach wie vor lange Wege in Kauf nehmen. Das ist kein Naturgesetz, sondern das ist eben das Ergebnis einer Regionalplanung, die bisher ausschließlich aus der Perspektive der Autoppaarerinnen gemacht worden ist. Sie haben gerade ÖPNV angesprochen. Die Bahnlinien wurden über Jahrzehnte stillgelegt und abgeschraubt. Das Ergebnis ist, dass ohne Auto auf dem Land nichts geht, und jetzt macht sich die Landesregierung für einen ÖPNV im Ehrenamt stark. Das kann wirklich nicht Ihr Ernst sein, meine Damen und Herren. Wir wissen aber auch, dass sich viele dieser Missstände natürlich nicht in wenigen Jahren verbessern lassen. Aber erstens ist die CDU seit 1999 in Regierungsverantwortung, und in über 20 Jahren kann man durchaus ungleiche Lebensverhältnisse verändern, und das nicht nur zwischen Stadt und Land. Aber, meine Damen und Herren, man muss es eben wollen. Dieses Wollen vermissen wir an dieser Stelle. Zweitens sind einige der Probleme auch erst unter Schwarz-Grün eskaliert. Beides zusammen lässt sich ganz ohne Polemik und Populismus den Schluss zu, dass die Landesregierung mit ihrer Politik zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land gescheitert ist. Wer das über 20 Jahre lang nicht auf die Kette gebracht hat, der ist gescheitert. So einfach kann man das, glaube ich, sagen. Während Sie hier reine Ankündigungspolitik betreiben, was Sie wollen, was Sie planen, was Sie vorhaben, aber nicht erklären, was bereits passiert ist, nehmen wir unsere Oppositionsverantwortung ernst und setzen ein paar Fakten dagegen. Die will ich jetzt einmal aufzählen, und ich bin sehr gespannt, ob dann immer noch ein so hämisches Grinsen hier in Ihren Gesichtern zu finden ist. Erster Punkt. In Ihrem Antrag heben Sie die Bedeutung einer modernen und bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung in ganz Hessen hervor, und weiter heißt es, dass eine flächendeckende wohnortnahe Verfügbarkeit von Haus- und Fachärzten insbesondere im ländlichen Bereich Vorrang haben soll. Soweit die Theorie. Jetzt schauen wir uns die Praxis an. Tatsächlich ist seit 2008 in Hessen jede dritte Geburtsstation trotz wachsender Geburtszahlen geschlossen worden. Allein 2019 schlossen fünf Geburtsstationen. Trotzdem spricht der schwarz-grüne Krankenhausplan 2020 weiterhin von einer angeblichen Überversorgung von Überkapazitäten, und es sollen weitere Schließungen erfolgen. Mittels Ihres Krankenhausstrukturfonds werden die Kreiskliniken in Wolfhagen und das Herz-Kreislauf-Zentrum in Rotenburg geschlossen. Wohl Fragen konnten wir gemeinsam abwenden, und ganz zu schweigen von einem Fiasko um die Klinik in Melsungen und die schlechte Unterstützung der kleinen kommunalen Häuser während der Corona-Pandemie. Das macht doch einfach deutlich, wo die Baustellen sind und wie groß die Lücke ist zwischen Ihrer Ankündigungspolitik und dem, was die Menschen im ländlichen Raum tagtäglich erleben und wie sie dann eben auch ländlichen Raum wahrnehmen. Meine Damen und Herren, Ihr Antrag ist voll davon. Es sollen Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raumes in Einklang mit den Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie und des Klimaschutzes angebracht werden. Das ist eine wunderschöne Ankündigung. Keine Frage. Ich würde das sofort unterschreiben. Es ist wunderbar angekündigt. Jetzt frage ich einmal. Was verstehen Sie denn darunter? Verstehen Sie darunter den Weiterbau der A 49? Verstehen Sie den Weiterbau der A 44, den geplanten Ausbau der A 5, die Förderung von Logistikhallen auf guten Ackerböden? Ist das Ihre Nachhaltigkeitsstrategie, meine Damen und Herren? Das ist doch das Problem. Das ist weder nachhaltig noch gut für das Klima. Aber CDU und GRÜNE stoppen eben diese Projekte nicht. Im Zweifelsfall erklärt sich der Minister schlicht und ergreifend für nicht zuständig, wie z. B. für den Weiterbau der A 49. Wie wir jetzt aus dem Bundesverkehrsministerium erfahren haben, ist das, zumindest gelinde gesagt, die Unwahrheit, die hier erzählt worden ist. Damit, so schreiben Sie weiter, der ÖPNV einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz leisten kann, muss er attraktiv für Zielgruppen sein, heißt es in Ihrem Antrag. Ja, bitte, wann, wo, wie? Seit Jahren stehen die Leute dort und haben keine andere Perspektive, als das Auto zu nehmen, weil schlicht und ergreifend die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Seit Anfang der 1990er Jahre wurden allein in Hessen über 850 km Schiene für den Güter- und Personennahverkehr stillgelegt. Die GRÜNEN und die CDU feiern sich jetzt dafür, 39 km dieser Strecke wieder zu reaktivieren. Das sind knapp 5 % in fünf Jahren. Wenn wir in dieser Geschwindigkeit tatsächlich zulassen, dass sie weitermachen, dann werden wir sie noch weitere 100 Jahre ertragen müssen, bevor wir allein den Stand von 1990 wieder erreicht haben. Meine Damen und Herren, das kann in Hessen niemand wollen, wenn wir tatsächlich in einen Klimaschutz eintreten wollen, der beim ÖPNV Vorrang hat. Und was stattdessen Rot-Grün mit hohen Summen fördert, das ist Bau und Betrieb des Roland-Koch-Flughafens in Kassel-Calden. Da kann man schon froh sein, dass dieser Leuchtturm der hessischen Infrastrukturpolitik zumindest so wenig Lärm macht, weil es schlicht und ergreifend keine Nachfrage gibt und er nicht gebraucht wird. Aber weitergehen Millionen Jahr für Jahr in ein solches Projekt, statt sinnvoll tatsächlich eingesetzt zu werden im ländlichen Raum. Und weiter fordert die Hessische Landesregierung, die dörfliche Gemeinschaft zu stärken. Da stehen Sachen drin, überbetriebliche Ausbildungsstätten, Schul- und Betreuungsangebote sollen verbessert werden und so weiter und so fort. Alles richtig. Meine Damen und Herren, schlicht und ergreifend, es fehlt Ihnen nicht in der Ankündigung, es fehlt Ihnen in der Umsetzung das, was nachher auch tatsächlich im ländlichen Bereich ankommt. Seit Jahren schreiben Sie genau diese Allgemeinplätze auf, Absichtserklärungen, und Sie kommen damit zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre lang zu spät. Die Regierungsfraktionen müssen endlich wahrnehmen, dass die Neoliberalisierung der Daseinsvorsorge und die Autoritätspolitik ein entscheidender Treiber für das Ausbluten der ländlichen Region weit ab der großen Zentren sind. Da reden wir nicht über Königstein, wir reden nicht über Kronberg oder Oberursel, wir reden über die Regionen im Vogelsberg, im Odenwald, im Norden und Nordosten dieses Landes. Wenn Sie nach wie vor der Meinung sind, dass sich die Ausstattung mit Infrastruktur rechnen muss, dass sie vor allem von Privaten betrieben werden sollen, dass die Kommunen untereinander in einen Wettbewerb um Gewerbeansiedlungen treten sollen und die weltmarktorientierte Standortkonkurrenz in Deutschland bis in das letzte Dorf reichen soll, dann darf man sich nicht wundern, dass die Kommunen genau daran zugrunde gehen. Meine Damen und Herren, Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb sind eben nicht der Treiber und sind nicht der Stoff, aus dem eine Dorfgemeinschaft entsteht. Viele Kommunen leiden unter einer chronischen Unterfinanzierung, und das führt beinahe in allen Regionen des Landes dazu, dass etliche Kommunen die Verhältnisse vor Ort nicht mehr aktiv gestalten können. Die Bedürfnisse werden nicht mehr ausreichend bedient. Das war die Politik der Hessischen Landesregierung, und jetzt, nach dieser Zerstörung, will sich die Hessische Landesregierung für 9.500 Maßnahmen mit einer Bewilligungssumme von knapp 250 Millionen € feiern lassen. Das ist zumindest das, was in Ihrer Pressemitteilung stand, Frau Hinz. Aber das sind tatsächlich Peanuts gegenüber den Summen, die über Jahre von den Kommunen wegverteilt worden sind. Die Gestaltungsmöglichkeit vor Ort ist schlicht und ergreifend nicht mehr gegeben, weil der hessische Finanzminister nicht bereit ist, tatsächlich den Kommunen das Geld zur Verfügung zu stellen, was jetzt Frau Hinz mit der Gießkanne über das Land bringen will. Der kommunale Schutzschirm ist nämlich keine Erfolgsgeschichte. Die strikte Sparpolitik der sogenannten Schutzschirmkommunen bedeutet nichts anderes als die Kürzung öffentlicher Leistungen, weniger Investitionen in die Infrastruktur und eine Erhöhung von Gebühren und Grundsteuern. Jetzt, wo sich Corona-bedingt die wirtschaftliche Konjunktur wieder eintrübt, trauen auch finanziell stärkeren Kommunen ihren Bürgerinnen und Bürgern wieder mit dem Rotstift. Herr Kollege Felsthausen, Sie müssten zum Ende kommen. Wir wissen, dass das vor allem die unteren Einkommensschichten sind, die weit überproportional von Leistungskürzungen und Gebührenerhöhungen betroffen sind. Meine Damen und Herren, Geld hilft gegen Armut. Aber die schwarz-grüne Landesregierung hat es versäumt, die Kommunalfinanzen dauerhaft auf eine stabile Grundlage zu stellen. Das ist das Problem. Daher ist der vorliegende Antrag tatsächlich ein Schaufensterantrag, ein Lobhudelantrag, der mit der Realität im Land Hessen wenig bis gar nichts zu tun hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Felsterhausen. Nächster Redner ist der Abg. Markus Meysner für die Fraktion der CDU. Der Markus meint das jetzt raus. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Felsterhausen, wenn man sieht, dass dieser Aktionsplan ein Volumen von 1,2 Milliarden € hat und die neun Punkte, die er betrifft, dann muss man sagen, Sie arbeiten mit Prozenten. Dann haben Sie sich jetzt vielleicht mit fünf Prozent dieses Aktionsplans beschäftigt. Das ist auch zu wenig. Der ländliche Raum, meine Damen und Herren, umfasst in Hessen, wir haben es gehört, 80 Prozent der Landesfläche. Damit sind rund 2.000 Dörfer und 370 kleinere Gemeinden gemeint. Das sagen wir nicht an die Landesregierung, sondern wir wollen darüber informieren, welche Wichtigkeit dieser Raum letztendlich hat und deshalb auch der Aktionsplan. Mehr als die Hälfte der hessischen Bürgerinnen und Bürger leben im ländlichen Raum, und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wir leben gerne dort. Das Ziel des Aktionsplans für den ländlichen Raum, starkes Land, gutes Leben, ist es, die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit dieser heterogenen hessischen Regionen in allen Lebensbereichen weiter zu fördern. Ich denke, dass wir mit dem Aktionsplan einen soliden Grundstein für dieses Ziel legen. Der Plan zeigt erstmals für ganz Hessen auf, welche vielfältigen Fördermaßnahmen es gibt, was man damit alles bei sich vor Ort machen kann und wer bei der Umsetzung letztendlich unterstützt. Wir alle profitieren von einem starken ländlichen Raum. Er versorgt uns mit regionalen Produkten, Naherholungs- und Urlaubsgebieten und sorgt für eine Entschärfung des Wohnungsmangels in Ballungsräumen. Was vor Ort gebraucht wird, können diejenigen am besten beantworten, die dort auch leben. Wir geben mit dem Aktionsplan die Mittel an die Hand, vor Ort etwas zu bewegen. Dabei unterscheidet der Aktionsplan zwischen verschiedenen Prioritäten, die jedoch alle miteinander irgendwie vernetzt sind – Bildung, Wirtschaft und Arbeit, Mobilität, Verkehr, Digitalisierung, Gesundheit, Kultur, Dorfentwicklung und letztendlich auch die Regionalität. Wir wollen gezielt alle wichtigen Infrastrukturbereiche im ländlichen Raum zum Wohle der hessischen Bevölkerung fördern und damit Synergieeffekte schaffen und letztendlich auch nutzen. Ein Hauptaugenmerk dabei wird sicherlich auf der Digitalisierung liegen. Eine gute digitale Infrastruktur im ländlichen Raum wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv auf die dortige Bevölkerung aus und ist eine Grundlage, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Daher wollen wir bis 2025 flächendeckend Gigabit-Anschlüsse bereitstellen. In Schulen, Krankenhäusern und Gewerbegebieten soll dies vorrangig sogar bis 2022 geschehen. Die Bereitstellung der Infrastruktur für mobiles Arbeiten wirkt sich letztendlich positiv auf selbstständige Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus. Denn das Pendeln zwischen Wohnung und Arbeitsplatz wird weniger, Büroräumlichkeiten können eingespart werden, und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erleichtert. Unabhängig vom Firmensitz können Menschen die Lebensvollzüge auf dem Land genießen. Die Hessische Landesregierung unterstützt diese Entwicklung. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass Homeoffice funktionieren kann, auch das mobile Arbeiten in Coworkingbüros ist ein mögliches Konzept. Wir wollen diese Entwicklung mitgestalten und die vielfältigen Ideen und Initiativen, die es bereits gibt, zusammenführen. Auch die hessische Verwaltung wollen wir mit rund 2.000 online verfügbaren Verwaltungsleistungen digitaler machen, um manche Behördengänge überflüssig zu machen. Viele Menschen in Hessen wissen gar nicht, dass es bereits jetzt möglich ist, BAföG, Elterngeld oder sogar das Arbeitslosengeld II online zu beantragen. Auch das wollen wir angehen. Vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Landleben eine neue Wertschätzung erfahren. Millionen von Menschen müssen wegen der Pandemie zu Hause bleiben, von dort arbeiten und teilweise parallel die Kinder betreuen. Gerade Menschen auf dem Land profitieren von Wohnraum mit einem eigenen Garten oder Balkon und der Möglichkeit, einfach einmal draußen zu gehen, durchatmen und frische Luft zu schöpfen. Kinder auf dem Land haben im Ort mehr Platz zum Spielen. Mehr Raum bedeutet in diesen Tagen mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit. Aber was bringt es den Menschen, wenn der Bus nicht kommt? Sie haben es angesprochen. Neben der digitalen Infrastruktur müssen wir im ländlichen Raum gute Verkehrsanbindungen gewährleisten. Daher setzen wir uns mit dem Aktionsplan für eine Ausweitung des Mobilitätsangebots im ländlichen Raum ein. Der ÖPNV ist im ländlichen Raum ein zentraler Aspekt, der gerade im Hinblick auf den Klimaschutz, Ergänzungen und oder Alternativen zum Individualverkehr bieten muss. Damit der ÖPNV einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz leisten kann, muss er attraktiv für die Zielgruppen sein. Zudem gilt es, innovative Ideen für nachhaltige Mobilität zu fördern. Konkret wollen wir den ÖPNV stärken, indem wir uns für eine bessere Taktung beim Busverkehr einsetzen. Im Nordhessischen Verkehrsverbund wurde damit bereits im vergangenen Jahr begonnen. Zusätzlich sollen ausgewählte Schienenverkehrsstrecken im ländlichen Raum reaktiviert werden. Beispiele haben wir hier die Horloftalbahn, die Lundertalbahn und die Strecke zwischen Neu-Isenburg-Bahnhof und Neu-Isenburg-Stadt. Für weitere sieben Strecken werden derzeitige Machbarkeitsstudien durchgeführt. Auf das hessische Radwegenetz wollen wir weiter ausbauen und stärken. Wir wollen Lücken schließen und die Mittel für den Radwegebau an Landstraßen und die Förderung der kommunalen Radwege deutlich erhöhen. Zusätzlich fördern wir auch die private Anschaffung von Lasten-E-Bikes. Eine gute Mobilitätsinfrastruktur wirkt sich für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Region positiv auf die Erreichbarkeit von Gesundheitseinrichtungen und die Wahrnehmung von Kulturangeboten aus. Vor allem die gesundheitliche Versorgung ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir brauchen Haus- und Fachärzte und Ärztinnen auf dem Land. Deswegen fördern wir medizinische Versorgungszentren, Gesundheitszentren und Gemeindepflegerinnen und Pfleger. Mit dem neuen Hochschulpakt 2021 bis 2025 stärken wir zusätzlich die Hochschulmedizin. Wir wollen mehr jungen Menschen ein Medizinstudium ermöglichen. Daher sollen wir sukzessiv mehr Vollstudienplätze anbieten. Beispielsweise ist hier die Kooperation Uni Marburg mit dem Klinikum der Hochschule in Fulda genannt. Auch die Landarztquote soll dabei helfen, mehr angehende Medizinerinnen und Mediziner für die ländlichen Räume zu gewinnen. Zum Schluss noch ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Wir wollen mit dem Aktionsplan ehrenamtliches Engagement weiter fördern und die dörfliche Gemeinschaft stärken. Ohne das Engagement der Bürgerinnen und Bürger und ohne die Vereine würde der ländliche Raum heute wahrscheinlich eher ein trister Ort sein. Gemeinsam geht oft vieles leichter. Wo das Ehrenamt aktiv ist, werden konkrete Projekte realisiert, soziales Miteinander gelebt und Integration gefördert. Wir werden Bürgerinnen und Bürger, die sich in Sportvereinen, Feuerwehren, Verbänden oder der Kommunalpolitik in sozialen und kulturellen Projekten engagieren, weiter unterstützen, und das egal, ob sie neu hinzugezogen, alteingesessen oder als Geflüchtete gekommen sind. Meine Damen und Herren, die Dorfentwicklung ist einer der wichtigsten Bausteine zur Entwicklung der ländlichen Räume mit dem Ziel, Dörfer als attraktiven und lebendigen Lebensraum zu gestalten. Um die Kommunen bei ihrem Vorhaben noch gezielter zu unterstützen, wurde die Förderquote auf durchschnittlich 80 % erhöht. Wir unterstützen Dorfläden und Gastronomie, die gleichzeitig zur Belebung der Ortskerne beitragen. Wir fördern Privatpersonen, die alte Gebäude sanieren, um Wohnraum zu schaffen. Auch die hessische Tourismusstrategie bietet eine ganze Reihe von Fördermöglichkeiten und Strategien, um den regionalen Tourismus zu stärken. Sie sehen, der Aktionsplan bietet viel Potenzial und Synergieeffekte, um den ländlichen Raum zu einem noch attraktiveren Lebensort zu machen. Diese müssen in Zukunft auch im Hinblick auf den demografischen Wandel weiter gefördert werden. Ich kann allen Bürgerinnen und Bürgern im ländlichen Raum nur raten, lesen Sie diesen Aktionsplan, diskutieren Sie mit und bringen Sie Ihre Ideen mit ein. Hessen ist ein starkes Land und ein lebenswerter und leistungsfähiger ländlicher Raum ist dafür die Voraussetzung. Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dies weiter auszubauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kollege Meysner, vielen Dank. – Nächste Rednerin ist die Abg. Wiebke Knell für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich sehr, dass mir die GRÜNEN die Gelegenheiten geben, heute über den ländlichen Raum zu sprechen. Für starke und attraktive ländliche Räume, so der Titel des Antrags. Und ja, in der Tat, auf dem Land zu leben, ist äußerst attraktiv. Im Gegensatz zu den meisten Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN weiß ich das auch ganz sicher, denn ich komme aus einem Ort mit unter 300 Einwohnern und lebe da auch. Im Übrigen, lieber Herr Diefenbach, das sind keine homophoben Hinterwendler, wie Sie das vielleicht vermuten. 1,2 Milliarden €, das ist die Zahl, die Frau Ministerin Hinz verkündet hat, sollen in den ländlichen Raum fließen. Als ich das gehört habe, habe ich erst einmal gedacht, merkwürdig, so viel Etat hat ja das Ministerium gar nicht. Das ist natürlich auch ein unbestimmter Zeitraum gemeint. Aber wenn man 1,2 Milliarden € sagt, hört sich das toll an. Und dann habe ich mich auch gefragt, für was wird das Geld ausgegeben? Denn der Aktionsplan ländlicher Raum war ja erst einmal etwas Neues. Aber leider eben nur vom Namen her. Denn wenn man genauer hinschaut, erkennt man, neu ist das ja dann doch alles nicht. In Wirklichkeit haben Sie alle Programme, die ansatzweise irgendetwas mit dem ländlichen Raum zu tun haben, alles Geld, was da irgendwann einmal bewilligt wurde, zusammengekehrt. Und dann stolz die Zahl 1,2 Milliarden € verkündet. Alter Wein aus neuen Schläuchen, könnte man sagen, denn etwas Konkretes, Neues fehlt. Auf den ersten Blick enthält der Antrag der Koalition durchaus auch richtige Ansätze. Gute Verkehrsanbindung, ja, das ist ein wichtiges Thema. Die Gesundheitsversorgung vor Ort, die Unterstützung von Vereinen und Ehrenamt wurden eben genannt. Ein besserer ÖPNV, ja, das sind alles auch wichtige Zukunftsfragen für den ländlichen Raum. Die digitale Infrastruktur fehlt fehlerorts. Ich erlebe das täglich. Videostreamen geht bei mir oft nicht. Zum Telefonieren muss ich zumindest in den ersten Stock, manchmal auch auf den Balkon direkt rausgehen. Also, in der Analyse sind wir uns einig. Aber dann mischen Sie in dieser eigentlich richtigen Analyse noch eine merkwürdige Form des Selbstlobs bei. Und dafür gibt es, wie wir finden, keinen Anlass. Wenn man den Antrag liest, könnte man den Eindruck gewinnen, die Landesregierung kann ja alles, weiß alles, macht auch alles richtig für den ländlichen Raum. Aber das ist eben nicht der Fall. Und das zieht sich durch die gesamte Bandbreite der Politik der Landesregierung. Und dass jetzt gerade die GRÜNEN das Thema ländlicher Raum zum Setzpunkt machen, ist natürlich folgerichtig. Denn die Politik, die die CDU vor Ort im ländlichen Raum macht, oder zumindest früher gemacht hat, in den Kreistagen und in den Gemeindeparlamenten, hat sie auf Landesebene in den Koalitionsverhandlungen zweimal komplett mit den GRÜNEN über Bord geworfen. Und wenn ich im Kommunalwahlkreis Kreistagskollegen oder auch den Landratskandidaten der CDU erlebt habe, wie sie den Landwirten oder auch den Jägern vor Ort versprochen haben, wir stehen an der Seite der Landwirtschaft, dann sage ich immer, Leute, dann erzählt das doch bitte einmal eurer Landtagsfraktion. Und im Übrigen stimmen mir dann auch die meisten CDUler sogar zu, die sind nämlich nicht so richtig zufrieden mit dem, was sie hier teilweise tun. Also, Fakt ist, die Union hat den ländlichen Raum in Hessen den Grünen überlassen. Fakt ist auch, die Landesregierung ignoriert die Interessen des ländlichen Raumes, und zwar auf ganzer Linie. Und ich will Ihnen das auch anhand einiger Beispiele deutlich machen, bei denen die Landesregierung voll auf grünem Kurs ist und bei denen die Stimme des ländlichen Raumes überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und das ist zum einen das Thema Wolf, das blenden Sie ja hier aus. Ja, jetzt gehen die Hände hoch. Das ist ein Thema, worüber die Menschen reden. Ich wohne in einem Ort, da zieht in Ortsteilen ständig der Wolf um. Da steht nichts von in der Zeitung. Er wird ständig gesehen. Sie ignorieren diese Bedenken und Sorgen der Menschen. Der Wolf ist im Bestand nicht gefährdet. Ein Abschuss von Problemwölfen ist rechtlich möglich. Das wissen wir spätestens seitdem uns das die Niedersachsen vorgemacht haben. Aber alle Ihre Argumente aus den letzten Monaten und Jahren wurden entkräftet. Und trotzdem ist der Abschuss jetzt wahrscheinlich nicht mehr möglich. Es wurde ein Wolf früher nachgewiesen. Wahrscheinlich sind es mehrere. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass die Paarbildung stattgefunden hat. Und in den nächsten Wochen ist also Wolfnachwuchs zu erwarten. Es greift dann der Elterntierschutz. Und das Thema Abschuss ist vom Tisch. Das haben Sie durch Ihre Verweigerungshaltung verursacht. Und ich denke, das war genau Ihre Strategie, die jetzt aufgeht. Das mag auch auf dem grünen Parteitag Zustimmung erfahren. Wolfswelpen sind zugegebenermaßen auch niedlich. Wenn es aber dazu kommt, dass zum Beispiel die Stölzinger Wölfin ihr atribusches Jagdverhalten an ihre Welpen weitergibt, dann ist das das Ende der Weidetierhaltungen in der betroffenen Region. Und für die machen Sie sich doch angeblich stark. Das sagen Ihnen die Tierhalter vor Ort auch schon seit Ewigkeiten. Die sind nämlich auch schon so lange an der emotionalen Belastungsgrenze angelangt. Das wollen Sie aber nicht hören. Sie setzen auf immer mehr Zäune und auf immer mehr Verwaltung. Und Zäune zur Wolfsabwehr oder auch Herdenschutzhunde oder ähnliche Maßnahmen sind eben nur im städtischen grünen Paralleluniversum eine wirksame Maßnahme zum Schutz gegen den Wolf. Die Praxis sieht eben anders aus. Und wir wissen auch, die Liebe zum Wolf, auch zu anderen Tieren, die steigt mit dem Stockwerk. Und leider auch das Unwissen über Tierhaltung und Landwirtschaft. Und wir haben Zäune, Entschädigungshaltung. Sie denken, damit sei dann alles abgegolten. Aber wenn man selbst Tiere hat, ich selbst bin zum Beispiel mit Pferden aufgewachsen, dann will man keine Ausgleichszahlung. Dann will man, dass die eigenen Tiere nicht vom Wolf gefressen werden. Das haben Sie nur noch nicht verstanden. Frau Kollegin Knell, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Deswegen sage ich Ihnen, Sie haben bei diesem Thema die Interessen der Menschen vor Ort im ländlichen Raum konsequent ignoriert. Und ich kann nicht erkennen, dass Sie planen, das zu ändern. Und Ihre komischen Gesten zeigen mir das dann leider auch noch. Das ist sehr schade. Ein anderes Thema, das ebenso exemplarisch für die Politik der Landesregierung steht, ist das Thema Infrastruktur. Die letzte Straße, über die wir hier diskutiert haben, war ja die A 49. Eine gute Mobilitätsinfrastruktur. Sie sprechen es dankenswerterweise an. Eine gute Mobilitätsinfrastruktur ist ein ganz wichtiges Thema für den ländlichen Raum. Es ist erfreulich, dass sich diese Erkenntnis in der Koalition durchgesetzt hat, wenn man bedenkt, dass Teile der GRÜNEN-Fraktion vor einigen Monaten noch im Dannenröder Forst standen und versucht haben, den so wichtigen Lückenschluss der A 49 zu verhindern. Also, wenn es konkret wird, wenn die Infrastruktur tatsächlich nach jahrzehntelanger Planung verbessert werden soll mit einem konkreten Projekt, dann hat auch das Herz der GRÜNEN für den ländlichen Raum ein Ende. Minister Al-Wazir hat es gerade noch so geschafft, sich von den Abseilaktionen zu distanzieren. Aus den Reihen der Abgeordneten hat das aber lange noch nicht jeder übers Herz gebracht. Klar, Sie haben das Projekt inhaltlich abgelehnt. Da haben Sie auch nie ein Geheimnis zu gemacht. Aber deswegen ist das, was Sie jetzt hier im Antrag schreiben, natürlich auch nicht mehr als ein Lippenbekenntnis, wenn Sie von einer verbesserten Verkehrsinfrastruktur schreiben. Denn dazu zählt nun einmal auch der Bau von Straßen, auch von neuen Straßen. Und falls die Koalition aber doch erkannt hat, dass es gute Straßen braucht, dann freut mich das sehr. Dann nehme ich an, dass es unser gemeinsames Ziel ist, dass wir die Investitionen in den Landesstraßenbau erhöhen. Denn diese sind ja nach wie vor negativ, und das heißt nichts anderes, als dass die Straßen verfallen. Dann möchte ich noch auf die Themen digitale Infrastruktur und auch den ÖPNV ansprechen, weil Sie auf beides eingehen. Ja, bei der Koalition gilt das Leitbild ÖPNV rund um die Uhr, und am besten natürlich auch kostenlos. Das ist auch nett, wenn man in Frankfurt wohnt und die S-Bahn im Fünf-Minuten-Takt in alle Richtungen fährt. Im ländlichen Raum heißt ihr Mobilitätskonzept aber immer noch Mitfahrerbank und Bürgerbusse. Das ist zu wenig, und da nützen auch die ein oder zwei Projekte, die wir in Hessen haben, die wir durchaus auch begrüßen. Aber das ist einfach zu wenig, und da passiert zu wenig. Und bei der digitalen Infrastruktur, ja, natürlich, jeder Haushalt, jedes Unternehmen braucht einen Glasfaseranschluss. Das zeigt sich jetzt auch in der Corona-Pandemie noch einmal ganz deutlich, wo es kein schnelles Internet gibt. Da gibt es eben auch kein Homeoffice, vor allen Dingen nicht, wenn mehrere Familienmitglieder gleichzeitig schnelles Internet brauchen. Also der Breitbandausbau muss dringend schneller vorangehen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber Sie regieren hier seit sieben Jahren, und deswegen tragen Sie auch die Mitverantwortung dafür, dass hier noch nichts passiert ist. Meine Damen und Herren, man muss den Menschen vor Ort zuhören. Dann erfährt man auch, was die wirklichen Probleme und auch die Herausforderungen vor Ort sind. Es reicht eben nicht aus, sich vom Schreibtisch in Wiesbaden Gedanken zu machen, wie man sich das Leben auf dem Land ausmalt. Den Eindruck habe ich leider bei Ihnen so. Aber selbst wenn man die richtigen Probleme erkennt, garantiert das nicht, dass man auch die Lösungen findet, die den Kern der Probleme treffen. Deswegen empfehle ich Ihnen, dass Sie statt großer PR-Aktion wie dem Aktionsplan Ländlicher Raum auch einmal die Stürme des ländlichen Raumes in Ihre Überlegungen aufnehmen und konsequenterweise auch einmal ein konkretes Handeln umsetzen. Dann wäre den ländlichen Räumen in Hessen nämlich tatsächlich geholfen. Sie setzen auf Lippenbekenntnisse. Das nehmen wir nicht ernst. Das nehmen Ihnen übrigens auch die Menschen nicht ab. Deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Knell.